Ich habe mich sehr gut aufs Studium vorbereitet. Die Konzerte habe ich immer sehr genossen, auch wenn es durch Corona sehr angeschränkt war natürlich. Aber auch die Gemeinschaft hier an der Schule. Der Gassenhauer war natürlich eine Herzensangelegenheit, den er mit meinen Freunden zusammen spielen durfte. Schön, den jetzt nochmal in so einem feierlichen Rahmen aufführen zu können.